Hallo zusammen, ich bin Svide Tiziana und wir haben heute unsere Lernende am BK gefragt, was das hier heisst. Feinegein im Prändisadi, mach mal ein Lehr! BK, wir lernen dich, wo sind wir? Feinegein im Prändisadi Wissen Sie, was das für eine Sprache ist? Schwedisch Rätoromanisch Spanisch Romanisch Es ist Romalisch! Was meinen Sie, was könnte das bedeuten? Irgendetwas mit Lehr Mach mal ein Lehr! Ich bin adoptiert worden Für BKW Du könntest entweder Automatiker, Elektroinstallateur, Elektroplaner, Geomatikerin Ich bin Elektroinstallateur Oh! Ich mache das irgendwie Gell? Aber geil! Ist halt BKW Und was heisst es jetzt? Mach mal eine Lehre Ah, da heisst es! Du musst definitiv nochmal in die Schule Mach mal eure Lehre Ok, du uns auflesen Heizer Heizer, ok, wäre ich nicht drauf gekommen Gebäudeinformatikerin Nein Geomatikerin Nein Heizungsinstallateur Ja Mann, gib mir einen Tipp Etwas mit Architektur Direktroplaner Ja, Tickets bearbeiten IT-Subparts Programmieren Nein Nein Scheiße Was machst du nicht? Gebäudetechnik Also Planen Du hast ja Darmcomputer Mach doch auch du deine Lehre bei der BKW Wir haben über 30 verschiedene Prüfe Und sogar in deiner Region Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal